so leute da sind wir beim nächsten deck tag und ich habe euch vor ewigkeiten also knapp knapp von einem monat oder fast zwei monaten das imperial painter deck gezeigt und habe danach gefragt so hey wollt ihr auch andere farben sehen und gerade in pn zwar die antwort überwältigend mega mega cool wenn ihr mich erreichen wollt instagram twitter facebook alles unten in der video beschreibung zu finden und nachdem die resonanz so groß war dass ich auch mal andere farben von painter zeigen soll zeige ich euch die weiße painter liste weil sie mir tatsächlich am meisten gefällt wer hätte es gedacht blackie mark weiße decks kommen wir zur mana basis fangen wir einfach mit dem deck mal an wir haben fünf ebenen wir haben vier snow covered ebenen ich erkläre es immer wieder ganz gerne es gibt die karte predict und sobald man über fünf mal dasselbe basic land zieht ist die chance meiner meinung nach hoch genug von prozenten dass man das splitten kann damit der gegner weniger chance hat wenn er project random spielen sollte karten zu ziehen wenn bei euch niemand projekt spielt ihr auf einheit steht oder sagt hey was der mann erzählt ist quatsch dann spielt einfach neun ebenen dann spielen wir ein karakas beziehungsweise zwei karakas tappen für ein weißes tappen eine legendäre kreatur zugefahren nehmen wir spielen legendäre kreaturen deswegen ist das relativ wichtig dass wir diesen effekt haben und zum beschützen ist es ganz nett dann spielen wir vier engine dance ein artefakt land das kein spell ist steht extra drauf ist ein spell und tappen für ein weißes ihr wisst ja das weiße painter ist mit fiddle bänder und da kann man hieraus ein einser machen und man kann aus einem engine dance für mana tappen dasselbe wegsacken und einen grindstone machen dementsprechend sehr sehr cool dann spielen wir noch weil unsere mana basis eh sehr safe ist vier wastelands also man kann auch weniger wastelands spielen und andere effekt länder ich mag wastelands und deswegen spiele ich aktuell vier wastelands und wir haben vier ursas sagas natürlich ursas sagas gehört in so ein deck rein ist ein enchantment land das mit einem lore counter ins spiel kommt und danach nach jeder draw step einen weiteren lore counter bekommt beim ersten lore counter kann man das tappen wenn farbloses bei dem zweiten lore counter kann man das zusätzlich noch tappen für ein 00 konstrukt was plus 1 bis 1 kriegt für jedes andere adefakt was man kontrolliert für jedes adefakt nicht für jedes andere und bei drei wird das den geopfert und wir suchen unser deck mit einer adefakt die im genauen 0 oder 1 kostet das heißt wir können uns damit grindstone suchen das alleine wäre schon genug aber wir haben in diesem deck auch eine ganze ganze menge andere tutor targets die wir damit suchen können was mega ist gucken uns die mal gerade an wir haben einen moxopal einen einzigen moxopal der ist als tutortarget gedacht weil so viele adefakte haben wir meistens nicht dann spielen wir noch drei lotus petal tappen opfern für ein mana der macht einfach nur tappen für ein mana wenn wir drei adefakte haben weitere tutortargets sind natürlich die pithing needle klar man sagt eine karte an und datener kann aktivierte fähigkeiten davon nicht mehr benutzen sehr sehr gut gerade gegen andere ursas sage decks wenn wir unsere ursas sage schneller hinbekommen bekommen die weniger value daraus dann spiele ich eine lantern of the lost ist ein einmanner adefakt wenn es ins spiel kommt exilen wir eine karte aus dem friedhof für einmanner tappen exilen wir die und exilen alle karten aus allen friedhöfen dann ziehen wir eine karte wir spielen nicht mit unserem friedhof unser friedhof ist uns total egal und die lantern of the lost sorgt dafür dass wir sowohl alle karten aus allen friedhöfen exilen können als auch eine karte ziehen können als auch wenn sie ein spiel verkommt können wir einen doofen uro entfernen das finde ich mega mächtig deshalb spiele ich die lantern einfach nur für den card draw weiß hat sehr wenig card draw dann die abübligen verdächtigen retrofit of hungry tappen für ein servo tappen aus dem servo und topdor machen tappen aus dem topdor ein konstrukt machen oder verdramen enttappen ja muss ich glaube ich nichts mehr zu sagen es ist mittlerweile altbekannt dazu shadow spear einmanner artefakt ausrüstung plus eins plus eins trampel lifelink und hexproof und in zerstörbarkeit entfernen das machbar mit dem konstrukt token als ein beatdown plan auch den plan haben wir in diesem deck da wir den beatdown plan auch haben spielen wir auch ein nettle cyst an den kommen wir relativ gut mit dem viertelbänder dran und damit haben wir dann eine living weapon die plus ins plus eins kriegt für jedes artefakt und jeden enchantment die wir kontrollieren also ursachsager zählt auch ansonsten halt für jedes artefakt das kann halt mit shadow spear ursachsager und ein bisschen viertelbänder zu einem richtig mächtigen konstrukt führen dann einfach nur zum raussuchen also one of a portable hole wenn es ins spielfeld kommt können wir in ein nicht land permanentes was technisch kontrolliert meine kosten und zwei exilen solange bis das spiel verlässt das ist sehr sehr wichtig weil der viertelbänder selber ist ja kein artefakt das bedeutet wir können ihn benutzen wenn der gegner sowas hat wie einen collector uf oder irgendwas in dieser richtung was artefakte stoppt dann können wir damit aus unserem nutzlosen 0 mana artefakt ein portable hole machen und das einfach entfernen ja zu guter letzt wir spielen grindstone beziehungsweise painter deck dementsprechend spielen wir auch drei grindstones ein 1 mana artefakt für drei mana tappen ein spieler unserer wahl bild zwei karten wenn beide karten dieselbe farbe haben dann wiederholen wir den prozess das spielen wir wer das rote imperial painter deck tag nicht gesehen hat würde mich auch wundern aber okay spielen wir zusammen mit dem painter's servant das sind zwei mana 1 3 kreatur die wenn sie ins spiel kommt sagt wir können unsere farbe aussuchen und alle spells die nicht im spiel sind sind diese farbe das bedeutet wir sagen eine farbe an die nicht blau ist in diesem deck sondern am besten irgendwie keine ahnung grün rot weiß weiß ist es auch nicht schlecht und alle karten haben diese farbe beim millen vom grindstone heißt dass er mild wieder zweimal dieselbe farbe das heißt die karte geht wieder auf den friedhof das heißt es geht umso weiter jetzt kommen wir zu dem lustigen part jetzt spielen wir mal den den weißen part aus den wir in diesem deck haben wir haben drei mother of runes mother of runes 1 mana 1 1 tappen eine kreatur kriegt schutz von der farbe unserer wahl wenn wir mit painter's servant alles weiß machen ist jeder spell weiß das heißt wir können mit mother of runes eine karte schutz vor weiß geben was der wahnsinn ist wirklich der wahnsinn wir müssen uns nicht mehr um irgendwelche farben kümmern sondern wir können einfach immer nur vor derselben farbeschutz geben dann spielen wir den namensgebenden für den oswald painter oswald fiddlebänder 202 2 legendäre artefaktgenomen artefasser und den kann man für ein weißes tappen ein artefakt opfern und sein deck nach einem artefakt durchsuchen was mana kosten und 1 plus die mana kosten hat von dem opferten artefakt können wir leider nur wie eine sorcery benutzen aber damit können wir zum beispiel portable hole holen indem wir moxopal opfern oder nettlesist oder eben ein grindstone was leider nicht geht ist wir können nicht den grindstone aktivierung auf den stack legen oswald aktivieren den painter suchen das wäre der wahnsinn gewesen aber naja man kann nicht alles haben man kann nicht alles haben und wir haben auch in weiß eine karte die ich auch sehr sehr geliebend gelernt habe auch die aus dungeon dragons genau wie der oswald ingenious smith 2 x 1 1 mit einem spiel weg kommen gucken wir uns die besten vier karten und stacks an können eine artefaktkarte davon auf die hand nehmen und den rest und das deck und immer wenn wir ein oder mehr artefakte ins spiel kommen legen wir eine plus 1 1 mark auf den können wir nur einmal pro hunde machen das heißt immer wenn wir einmal pro hunde ein artefakt ins spiel bringen kriegt er eine plus 1 1 mark er ist nicht nur ein tutor er sucht nicht nur durchs deck durch nein er wird auch stärker und wenn man dann so ein 3 3 oder 4 4 hat dann ist der eine threat und gerade mit retrofitter funnery wenn man im gegnerzug immer ein 1 1er macht kriegt er noch mal eine plus 1 1 mark das ist so mächtig das ist wirklich wirklich stark wirklich stark ja so viel zu den nicht artefakt kreaturen gehen wir mal zu den artefakt kreaturen wir spielen einen hope of girapur 1 mana 1 1 fliegen wir können den opfern bis zum nächsten zuge es kann ein spieler der diesen dieser kreatur schaden zugefügt bekommen hat keine nicht kreaturen zauber mehr spielen das ist ganz cool weil wir einfach hingehen können können den mit auswald raussuchen nächste runde hitten danach unsere combo abziehen und gewinnen weil er nicht interagieren kann sehr cool dann na klar weißes artefakt deck 4s per sentinel 1 mana 1 1 immer wenn er den ersten nicht kreaturen zauber spruch pro hunde spielt muss er x mana bezahlen so zieht wie eine karte x ist die stärke vom es per sentinel das heißt wenn wir mit net resist oder mit shadow spee ausrüsten wird er stärker und er muss mehr mana bezahlen was schon ganz nice ist dann spielen wir noch drei others one canonist ist ein zwei mana zwei zweier der sagt jeder spieler kann nur einen non artefakt spell pro hunde spielen das ist schon schon also das ist schon stark das ist wirklich stark und wir haben noch bevor die lampe ganz ausgeht ein phyrexian revalker 202 1 bin in den spieler konsumenten nicht land namen aus und aktivierte fähigkeiten von dieser nicht land permanente beziehungsweise nicht land karte können nicht aktiviert werden das ist auch ganz cool weil wir den mit auswald halt auch raussuchen können genau wie die pithin nieder und ja damit können wir halt auch sachen wie line side diamond ansagen und so weiter und es ist eine zwei genau wie der es schon kann und ist über den wir in der netflix ist kommen gut gehen wir mal zum sideboard im sideboard haben wir erst mal drei ley line of sanctity wir sind ein artefakt deck was sehr sehr schlecht gegen kombo ist und dementsprechend damit so ein bisschen kombo abwenden können und ja dann ist auch nicht so das geilste match ab wir haben halt kein chalice und dementsprechend ist ley line of sanctity sehr 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 gut ist halt ein ganz normal ley line das heißt sie kostet vier mana und man kann sie wenn sie auf der startland hat kann man sie direkt ins spiel bringen und sie hat sagt you have hexproof sehr sehr stark einfach hexproof ist so gut so so gut mit weiteren verzauberungen haben wir rest in piece zwei mana verzauberungen die wenn sie ins spiel kommt alle karten aus der einen friedhof in exiled und immer wenn eine karte in den friedhof kommen sollte von irgendwoher wird sie auch stattdessen exiled auch hier sehr sehr gut einfach nur weil wir unseren friedhof nicht benutzen eine weitere verzauberung beziehungsweise die spielen wir zweimal ist die wenig silence ein-manner enchantment spieler können nur einen nicht kreaturen zu hau-bronn spielen wir spielen die menge kreaturen und nur sehr wenige artefakte und wenn dann tutoren wir die deshalb tun uns das nicht ganz so weh wie anderen combo spiel anders und sagen die kombos verzauberungs set up dann haben wir noch so ein bisschen was gegen kreaturen wir spielen vier drei swords to plowshares ist so ungewohnt drei swords to plowshares ein weißes mana wie exil eine kreatur und der beherrscher bekommt leben in höhe der stärke damit werden wir halt lästige kreaturen los die uns auf den sack gehen und ja dann auch wieder gegen bestimmte combo decks und gegen death and taxes topo orb sehr sehr gut gegen doomsday sehr gut gegen death and taxes sommer artefakt was als sagt kreaturen die ins spielfeld kommen lösen keine trigger aus was etbs bedeuten und andere sachen das heißt keine flickerwisp keine stoneforge in unserem fall bedeutet das keine ingenious smith aber das ist nicht schlimm damit können wir leben wenn wir dafür topo orb haben dann haben wir noch ein paar naja ein one of target ist noch eine lantern of the lost weil mehr gravestite und wir spielen noch zwei von den portable holes das hat sich ausgestellt dnd hat drei coole karten rausgebracht das ist portable hole das ist auswalten das ist der der ingenious smith und wir spielen alle drei davon dementsprechend sehr sehr cool gehen wir mal zum deck talk ja warum ich das der gliebe ist glaube ich offensichtlich man hat man auf runes man hat karakas man spielt mono weißes deck ich finde die möglichkeit auswalt mit mother of runes und am karakas zu beschützen genau auch so das wie ingenieur smith oder die token von der ursas saga mit mother of runes und blockbar zu machen sehr sehr stark einfach weil sie sehr sehr hat zu stark zuhauen können wir haben damit einen mono white wingy beatdown plan zusätzlich zu unserem komboplan das finde ich genial in diesem deck und es macht mega spaß auch mit dem viertelbänder da ein bisschen zu tinkern tinkering weil er magical tinkering als fähigkeit hat haa witzig und ja das macht halt mega viel spaß das deck ist mega cool und macht noch mal ein ticken mehr spaß als das rote painter als imperial painter und ja deswegen wollte ich euch vorstellen es ist es auch schön wenn ihr die karten dafür habt gerade wenn ihr painter und grindstone habt probiert es mal aus wenn ihr es richtig im kopf habt sind hier keine reserveless karten drin das heißt das deck sollte einigermaßen affordable sein für ein legacy deck ich weiß immer wenn ich sage es ist es ein günstiges deck schreiben leute ist gar nicht günstig es kostet keine fünf euro für ein legacy deck ist es dennoch günstig und ja ich hoffe ihr hat spaß wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ablach sieht tschau tschau